Das wisst ihr aber warum mir der Zainaz hier so super sympathisch ist. Ich habe jede Menge Fossilien und Mineralien und einen richtig schönen Amethysten drin. Wisst ihr, ich bin ja auch so ein kleiner Mineralien-Junkie. Superschön. Boah. Da bin ich immer am Schauen, wenn ich hier bin. Auch tolle, tolle Praxis. Boah, die lieb's. Rattet mal wer schon richtig in Sommerlaune ist. Pool ist eingelassen. Natürlich noch richtig kalt, aber das macht n aller nix. Und ich schlürfe hier auch schon meine Kokosnuss. Ey, die ist jetzt gerade richtig in Sommerlaune. Heimals! Aber das Wasser hier, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das hat noch 15 Grad oder so. Aber es ist einfach schon so unfassbar einladend. Ich habe jetzt richtig Bock drauf, um ehrlich zu sein. Warum kann es jetzt nicht Sommer sein? Bist zu gelaufen? Das war's für jetzt Και. Jetzt hole dein GPA auf war. Ich habe jetzt viele skeptical was sofort angewandt. Möchle dich! Dicke Menschen mitentar pound auf Zagern! Untertitelung des ZDF für funk, 2017